Hab Raze, hab Raze! Deko down, Raze down! Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe der besten Twitch Clips! Scheiße. Ich bin so kacke gerade. Digga, ich bin so mal Rudelbahn gefahren, IRL. Sie kommen links, ich hör sie links, ich hör sie links. Ja, ich komme. Nein! Abschmiert, dass du noch live bist und so, weißt du? Wenn du deinen PC neu starten willst. Ja, weil Sidney nicht mehr machen wollte. Du musst einfach steuern. Jungs, ich hab Spike. Seht ihr vor? Die liebste Ecke! Lass rein, lass rein, lass rein! Einer hat Hits! Boah, die Röstarom. Boah, die gehen rein direkt. Was? Die was? Die Röstarom. So. Was hast du gedacht, was ich gesagt habe? Du machst Bratwurst. Damit ich mir Bücher kaufen kann. Hier, guck. Fabo, wie verzaubern wir jetzt? Hier, Reparatur. Ja, wir haben gerade Eisen verkauft. Aber ist das nicht gut, mein Haus aus Eisen? Digga, seit wann war jetzt Eldos, wie man Bücher verzaubert? Das ist nicht Eldos. Das ist nicht Eldos, das ist mein Sohn. Ach so. Überleg nochmal mit Madesa. Junge, wie sieht meine Haare aus, Alter? Bin ich... Bin ich jetzt Hugo oder was? Bruder, was ist das für... Was ist hier los? M-M-M-M-M-M. M-M-M-M-M-M. Ja. Entschuldigung, sag Entschuldigung, großer König. Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, nein, nein. Sidney, hilf mir. Sidney. Ich glaube, auf Play drücken. Jetzt bin ich drin. Aber du übertreibst, du schwörst dir. Du sagst, ich muss auf Play drücken. Ja, Bro, woher soll ich wissen, dass man da auf Play drücken muss, Mann? Ola, du bist wirklich schick. Nutzt doch deine Fähigkeiten. Nutzt du doch deinen 14-Tage-Timeout. Ich werde es nicht wie in Rocket League, Alter. Oh mein Gott. Er hat in Minecraft schon keinen Respekt vor mir. Warte mal, Basti. Dann bau du... Oh mein Gott. Oh, war da Karma direkt? Sag mal seinen Namen von dem Dämon. Geh mal ran. Wie heißt sein... Und sein Name, wie heißt der? Chaum. Chaum? Ne, das steht doch oben. Wie heißt der? Wie heißt der? Sidney. Sidney? Der hat dich Sidney gemeint, weil er schwarz ist. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. Ich wollte gerade sagen, wie haben die denn den fucking Delfin gefangen vor 2000 Jahren? Oder haben die halt gemacht? Ich kenne das jetzt mehr. Digga. Platin 2. Eins, eins. Was? Ich spiele nicht mehr mit euch. Wir spielen gegen Platin-Gegner. Ja. Digga, wollt ihr mich komplett ficken, also wenn ihr da so masochistisch veranlagt seid und euch 36 Stunden von besserem Spiel in den Arsch ficken lässt, dann könnt ihr das machen, aber ihr könnt mich doch da nicht mit reinziehen. Platin 2. Ich war wirklich Platin, Digga. Ich komme aus Bronze nicht raus. Was du, was du, was du, was du? Ah, ja, ja. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Kommt und rein. Schön. Let's go. Den haben wir gebraucht. Den haben wir gebraucht. Yeah. Yeah. Auf geht's, Hambombo. Digga. Wie hast du das so schnell gemacht? Du hast absolut recht. Tut mir leid, dass ich dich gerade so angegangen bin. Oh, oh, oh. Basti. Du hast absolut recht. Nein, nein. Nein. Reset, 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 Reset. Kommt jetzt, er fällt. Spaß, jetzt. Spaß, doppelt Spaß. Warte mal, hä? Hast du mich runtergeworfen? Bro, ich kann dich nicht schlagen. Wo warst du? Hä? Wieso? Ach, das warst nicht du! Da ist er drin, Robert. Der ist direkt vor dir. Du hast den sehr gut. Nein! Ich hätte alles reinholen können. Alter, Lattensep. Also, komm auf die Uhr. Ich habe gerade schön Curry gekocht. Dann komme ich zu Tamina. Jo, Essen ist fertig. Dann zeigt die mir einen Monitor. Und dann zockst du, lol. Dann schreibe ich dir in den Chat. Jo, braucht ihr meinen Midlaner? Ey, machst du mit, Hanno? Mega geil. Jetzt bin ich hier in dieser Trümmer-Lobby mit Rumatra und Kutscha und du lehnst zweimal ab und ich soll in den Jungle. Bro. Hallo, hört ihr mich? Ach du Scheiße, Bruder! Was geht denn uns? Oh, da. Ich schwöre, haben wir jetzt nicht die Sympho gehabt. Was geht ab, Jungs? Bruder, was ist das für ein Mikro? Bruder, ey. Ich weiß nicht, was geht. Warum? Digga, macht der Spaß? Hamed, Hamed, schön, dass du hier bist, Bro. In sieben Jahren Sägen habe ich sowas noch nicht erlebt. Digga, fliegt sie mal. Ich glaube, dass es tatsächlich mein PC gerade ist, ne? Weil meine Spotify hat auch gerade geleckt. Aber warum? Okay, Tarkov ist komplett stuck. Nice. Digga, Alter, wirklich. Das ist das Netz, was mir fehlt. Mein komplett der PC ist stuck gerade. Alright, jetzt. Alter, ein Stack wieder. Ich sag, eine Woche nicht selber anfassen. Roat würde nicht zwei Tage schaffen. Digga. Was war das du, Digga? Wo kommen diese Calls her, Digga? Wie schlecht? Digga, ey, Max. Ich sag ehrlich, jetzt sind ehrenlose Scheißgeräte. Also, wenn du dich müh und ein Witze, will ich jetzt schon mal warten. Gut. Gut. Warum Antworten scheinen? Immer einfach so. Einer von hinten, einer von hinten. Ich brauche ihn hier, ich brauche ihn hier. Alles gut, alles gut. Geh, dich brauche ihn hier. Hab Raze, Hab Raze, Schlampe. Digga, go down, Raze, down. Okay. Wir haben schon, halt, Energie rausgezogen. Man, das ist irgend so ein 19-jähriger Atze in seinem Kinderzimmer, der sich so ein Vollbart anklebt, währenddessen seine Zahnschwange da so rausguckt. Es sieht so kacke aus. Boah. Wie findet ihr? Das ist, boah, der, das ist. Danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da.